Die BR-Serie Dahorm ist Dahorm bleibt uns erhalten. Das Gremium des BR-Hundfunkrats hat laut BWBL grünes Licht für die Fortführung der Produktion gegeben. Fans dürfen sich auf etwa 340 brandneue Folgen des TV-Dauerbrenners, von dem bereits mehr als 3000 Episoden ausgestrahlt wurden, freuen. Die Zahlen sprechen für sich. Dahorm ist Dahorm ist ein echter Quotenkönig. Im dritten Quartal 2023 lag der Marktanteil der Serie in Bayern bei beeindruckenden 17,3 Prozent, so der Bayerische Rundfunk. Im Durchschnitt schalten rund 443.000 Zuschauer im Sendegebiet ein. Bundesweit sind es sogar über 600.000 Menschen. Und die ARD-Mediathek verzeichnete zwischen Januar und September mehr als 25 Millionen Abrufe der Serie. Deshalb gibt es bald neben der Fortsetzung noch mehr Dahorm ist Dahorm im Sendeprogramm. Ab dem 1. November wird die Serie montags bis freitags ab 9.10 Uhr in Doppelfolgen wiederholt. Und zwar von der ersten Folge an. Bis zum nächsten Mal. 突然 1974 den letzten Mal. Bis zum nächsten Mal. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.